Hallo und willkommen zurück zu H.O.O.R.D. Gehen wir hier hin. Skilauge? Okay, komischer Levelname. Aber soll mir recht sein. Ich glaube es war es mit 175. Oh! 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 Und der wollte mich ziemlich hart durchscheinen, weil er auch nicht abgewogen ist. So, meine Stadt, die braune Stadt. So, meine Stadt, die du jetzt machen kannst, ist es ein Gebiet. Das war's für heute. Ja, die einen genommen. Ja, das war's für heute. 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 Oh, my fucking goodness, man. Oh, thank you. Ich bin direkt in einen reingelaufen und er ist wieder rausgekommen. Oh, man, ist so ekelhaft, wenn das immer passiert. Ah, shit. Ah, shit. Ah, das soll funktioniert, aber optimal war das jetzt sicher nicht. Oh, okay. 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 Oh. Alter Schwede, Mann! Alter Ich glaube ich hab das, also ich glaube ich hab Geld Ich hab auch eine Die Distribution, ja? Alter Der kommt nicht mehr rein Also nicht mehr in die Seelzeit Jetzt kommt er rein, aber da ist nicht mehr Seelzeit Aber ich sollte genug haben Ja genau, gut Fortsetzen Einzelspieler Schatz Genau das hier Und Klick Okay Ist wieder ein Zwei-Spieler-Ding Scheiße, ich hab nicht gelesen Ich hab nicht gelesen Ich glaube es ist doch auch immer das um die 100 Oder? Oh Ja Er nimmt sich das auf jeden Fall Ja Er hat's aber instant aktiviert, was zur Hölle Ja Ich hab mein Geld noch nicht abgegeben Ich glaub nicht, dass er mir jetzt was klauen kann, muss ich sagen Ich weiß also wie verklar, man gewinnt hier hauptsächlich über Tribute Das ist schon mal definitiv klar Ja Und über allgemeinen Stadthandel Ja Wow Eins, zwei, Feuer Fick dich doch, Alter Hätt ich mal Power aktivieren sollen, ja Gud Plug Ent Pulib Das Wipe Wspersames W Gru W Wollte der weiter und ist der jetzt wirklich einfach nur weitergegangen, weil, like... Oh, okay. Das war's für heute. Ich versuche ihn jetzt mehr absetzen wollen. Ich versuche ihn nicht mehr zu sehen. Ich muss noch was sagen, dass ich weniger Hasselmacht. Das war's für heute. Kam irgendeiner erfolgreich bei mir an, oder so, oder warum? Shit. Fick dich doch, du Scheißdrecks-Hurensohn! Fick dich doch, du Scheißdrecks-Hurensohn! Ich möchte nur sicherstellen, dass ich nicht versuche, mich umzubringen. Deswegen möchte ich den Edge haben, wenn es darum geht, mich umzubringen. Oder umzubringen geht. Ich will, dass du erstmalig schlappst und dann auch wiederumbeschlappst. Genau, jetzt bin ich mit einem Scheißdrecks-Hurensohn. Ich verzei wird aber, wenn es darum geht, wenn es darum geht,... Oh, gut! Oh, gut! Oh, gut! Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht, warum er sich einsammeln konnte. Ist mir jetzt auch wurscht, aber... Ich muss danach dann mal schauen, was ich eigentlich glaube, wenn ich den Schiffen bekommen hatte. Ich hab Jäger bekommen. Aber keine Ahnung, was das ist. Was war denn das? Drei Schützen in einem einzigen... Ah, okay. Also 30 Schützen. Krass, 115 war der Wert. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen und weiter geht es im nächsten Part. Tschö. Okay. Okay. Okay.